Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Infovideo und ach ich muss ja ganz viel sagen Es kam in der letzten Zeit einfach nur überhaupt nichts, keine Friday Vlogs, keine GTA, kein Day of the Tentacle, kein The Walking Dead, gar nichts Aber das hat natürlich einen guten Grund, weil ich würde nicht ohne guten Grund aufhören Videos zu machen Ich bin momentan einfach im Umzug begriffen, ich ziehe nach Karlsruhe um und das kann ich so sagen und es ist nicht einfach Und deswegen dauert das einfach mal ein bisschen und ich bemühe mich Videos zu machen Ich werde auch morgen frei, ich werde mich auch morgen mal hinsetzen und noch ein paar Videos machen Aber ja, fürs Erste kam jetzt erstmal auf jeden Fall nichts und ich habe das jetzt einfach mal hier mit einem Bild anschaulich demonstriert, wie ein Umzug aussehen kann Schrecklich Also jetzt der Typ da drauf ist schrecklich natürlich, ganz klar Schönen Gruß an Locadora an dieser Stelle Ja, also ich bedanke mich für das Verständnis oder auch nicht für das Verständnis, wenn ihr kein Verständnis habt, dann verpisst euch Jetzt Nein, Spaß Ich denke ihr habt dafür Verständnis und ich bemühe mich wie gesagt Videos wieder zu machen und ab morgen oder übermorgen kommen dann auch wieder welche Dann äh Gut, das war wieder ganz normal, weiter gehen Äh ja Das war's äh für dieses Infovideo, ich mache jetzt auch schon Schluss hier War nicht lang, aber informativ hoffe ich Und äh ja, wir sehen uns bei einem neuen Video wieder Demnächst hier auf Serial Pay Und das war bescheuert ausgesprochen, na verdammt Bis zum nächsten Mal